Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern-Koi-Blog. Heute eine Frage von Ingo. Er möchte wissen, wie es sich mit den Akame Karashigoi verhält. Hallo Herr Kammerer, bei den neuen Jumbo Tosai Karashigoi sind viele mit roten Augen, in Klammer Akame. Ist mir das vorher nie aufgefallen oder hat Konishi da eine neue Verpaarung angesetzt? Gruß Ingo. Ja, lieber Ingo, die roten Augen gehen auf die ursprünglichste aller Karashigoi-Verpaarungen zurück. Dort wurde ein männlicher Karashigoi mit über 90 cm, mit einem Doitsu Akame Kigoi gekreuzt. Also kam von der ur-ur-ur-großen Mütter der alten Karashigoi das rote Auge in die Blutlinie mit rein. Das sind die bekannten Albino-Roten Augen. Also heute regt mich mein Mikrofon auf, das geht gar nicht. Das sind die berühmten Albino-Roten Augen. Und es ist aber tatsächlich so, bei gleicher Verpaarung, in einem Jahr hat man viele Nachkommen mit roten Augen, und im anderen Jahr hat man wenig Nachkommen mit roten Augen. Doch liegt das nicht an der Verpaarung? Wir schätzen, dass jeweils jedes Jahr ca. ein Drittel der Nachkommen diese rote Augen hat. Nur ist es halt bei Koi so, sie werden selektiert. Und wir bringen ja nicht alle der geschlüpften Koi nachher auch tatsächlich in den Verkauf, sondern die durchlaufen ja bekanntlich die verschiedenen Stufen der Selektion. Und dann ist es einfach Zufall. In manchen Jahren finden sich die sehr guten Koi unter denen mit schwarzen Augen. In manchen Jahren 50-50, in anderen Jahren dominieren vielleicht mal sogar die mit den roten Augen. Und daher kommt das, dass es da wirklich starke Schwankungen gibt. Wir hatten mal drei Jahre, da hatten wir kaum einen mit roten Augen. Da wollten aber alle Kunden einen mit roten Augen. Die konnten wir da nicht liefern. Wir haben auch Kunden, die wollen auf gar keinen Fall, welche mit roten Augen einen Kunden sagt immer, die sehen dann aus wie so ecklige Reptilien. Also der kann damit gar nichts anfangen. Und ich persönlich finde das eigentlich ganz nett, weil das was anderes ist. Mal so eine Abwechslung zu all den schwarzen Augen. Aber die Anzahl, wenn die schlüpfen, ist immer gleich hoch. Und die unterschiedliche Anzahl der Fische, die wir dann mit roten Augen in Verkauf bringen, hängt schlussendlich nur und ausschließlich an der Selektion. So, auch mal eine interessante Frage, eine einfache Frage. Und wenn dir wieder was einfällt, schick es uns und wir werden versuchen, möglichst schnell zu beantworten. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Blog.